ah da kommt er es wird eine schöne schildkröte für mich jemand fliegt über die dinge auch über die kisten lasst mal in ruhe hier einfach zu schnell tja mein hobel den habe ich zu mir jetzt kommt wieder eine schildkröte jetzt kommt wieder eine schildkröte jetzt man jetzt wie gern das gibt es nicht einfach letzter profi na ja letzter bist du nicht also